Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, haben wir eine Kooperation mit dem Hygia Fitness. Und in diesem Rahmen wollen wir euch heute einen kleinen Eindruck vom Polesport vermitteln. Florian, Sina und ich, Jenny, werden euch jetzt eine kleine Show von ein paar Minuten zeigen, dass ihr mal wisst, was der Polesport so zu bieten hat. Ja, und nach dem Auftritt haben wir noch so ein kleines Gewinnspiel. Also wir haben einen Poledance-Workshop und zwei Schnupperkurse, die wir gerne an Interessierte verschenken würden. Also wartet doch noch kurz bis nach dem Auftritt und dann, ja, gibt's was zu gewinnen noch. Also viel Spaß bei unserer Show und ja, los geht's. Musik 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.